moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem video möchte ich euch einen jumpscare eStack zeigen womit ihr eure kumpels ärgern könnt oder erschrecken könnt und um das ganze zu machen leute müsst ihr fünf spots absuchen jedoch müsst ihr die spots in der anomalie suchen beziehungsweise im dunkel äther sonst spawnen die zombies nicht und leute die reihenfolge ist nicht immer gleich also müsst ihr jeden spot jedes mal durch rennen so kommen wir zum spot nummer eins und der befindet sich am teich hier oben seht ihr schon den zombies schweben schießt den an und wir gehen zu spot nummer zwei der ist hier beim packer punch wenn du durch ein fenster schaut und spot nummer drei befindet sich in der krankenstation hier in diesem kleinen gang wenn ihr ins wasser schaut das schwimmt ein zombie und spot nummer vier ist an der abschlussstelle hier hinten über dem flugzeug und der letzte spot ist am spawn hier bei der qualle in der luft so leute wenn ihr dann alle fünf abgeschossen habt dann begebt euch wieder zurück zum teich und ihr werdet sehen dass hier ein zombie schwebt so der spieler der jetzt nun da drunter her läuft bekommt den jumpscare einfach drunter her laufen und eure freunde drunter her locken und ihr kriegt diesen jumpscare so das war's dann mit dem video leute ich hoffe euch hat das video gefallen falls ja lasst doch ein like da schreibt mir die kommentare und für all die die noch kein abo bei mir haben können das an dieser stelle gerne ändern ansonsten ciao und bis zum nächsten mal